Kinder Bueno, Whisky, eine Woche im Glas. Let's go! Oh! Und jetzt warten wir. Über eine Woche später sieht das Ganze so aus. Die Aufnahme ist mittendrin abgekackt. Kinder Bueno und Whisky riecht sehr nice. Guten! Wie gesagt, die Cream schmeckt ganz gut. Das Crispy wäre nicht so nice. Es ist Zeit. Finshot. Daibosia. Das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Das schmeckt richtig gut. Das Cream in drinnen und der Whisky, die passen immer zusammen. Real Talk, 9 von 10.